Norddeutscher Rundfunk 2021 Also jetzt geht's dann langsam los, oder? Ja, eigentlich geht's Zeit. Also, Freunde, Power-Sortel! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Das ist nichts, was auf der Bühne stattfindet, aber das geht auf die Bühne hinterher. Die Bühne stattfindet. Die Bühne stattfindet. Sorry. Ja. Das ist, denke ich, schon auch das Spannende an so einem Projekt. Dass man, wenn man sich noch nicht kennt, sowohl menschlich nicht als auch musikalisch nicht, und dass man einfach nur nicht weiß, auf was für eine Reise man sich da begeht. Ja. Ja.